Hi! Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid und wir werden in diesem Video eine neue Windel testen, die Claudie von Bambino. Und ja, das ist kein Schreibfehler, sie wird wirklich mit zwei E geschrieben, wie man auf der Packung sehen kann. Es war ein Vorschlag von euch, jemand hatte mir geschrieben, dass er sich einen Praxistest zur Claudie wünscht. Ich greife immer mal wieder Windelwünsche von euch auf und mache dazu ein Video. Dieses Mal hat es leider etwas länger gedauert, was auch daran lag, dass man die Windel hierzulande nicht so leicht bekommt, dazu später mehr. Aufgefallen ist mir zuerst die Packung, sie enthält nur acht Stück, unüblich wenig, normal sind es ja zehn bis zwölf Einheiten. Außen hat sie eine Folie, keine klassische, sie fühlt sich aber trotzdem recht weich an, ich finde es angenehm. Im Inneren haben wir die üblichen höheren Auslaufbündchen, man kann also eine Sauganlage hineinlegen, damit sie mehr hält. Die Saugleistung wird mit 4 bis 4,5 Litern angegeben. Wie immer sind das Laborwerte, die nicht an Menschen gemessen werden. Sondern unter nicht besonders natürlichen Bedingungen taucht man die Windel in Wasser und schaut, wie viel sie aufnehmen kann. Wie viel sie in der Praxis beim Tragen aushält, zeige ich euch später auch noch. Übrigens kann man sie in den Größen M, L und XL kaufen. Das wird manche von euch freuen, ich bekomme immer wieder Kommentare, in denen manche traurig darüber sind, dass es nicht alle Windeln auch in Größe XL gibt. Verschlossen wird sie mit einem Mehrwegkleber aus Plastik, wie er bei vielen ABDL-Windeln zum Einsatz kommt. Dafür gibt es vorne eine Klebefläche. Das funktioniert ohne Probleme, man kann die Kleber leicht ablösen, nach dem Platzieren halten sie fest. Das ist eine bewährte Technik, die normalerweise keine Probleme verursacht. Ich trage Größe M und sowohl die Größe als auch Passform sind wie erwartet, hier ist mir nichts Schlechtes aufgefallen. Angenehm finde ich auch, dass die Windeln nicht so steif in die Packung gedrückt sind, wie ich es bei Krinkels und Beta DRY gesehen habe. Dadurch lassen sie sich direkt aus der Packung nehmen und anlegen, ohne sie erst in Form bringen zu müssen. Im Praxistest hat die Windel mehrere Ladungen Urin ohne Mohn aufgesaugt, es kam nicht zum Auslaufen. Dabei fühlt man sich recht gut eingepackt. Das wird vom Leergewicht bestätigt. Mit 215 Gramm ist sie ungefähr im oberen Bereich des Mittelfeldes. Als ich sie an ihre Grenze gebracht habe, das heißt die Hose darüber ist beim Hinsetzen nicht mehr ganz trocken gewesen, wog die volle Windel 1,7 Kilogramm. Das ist zwar kein neuer Rekord, die Windeln mit der stärksten Saugleistung schaffen es, die 2-Kilo-Marke zu knacken. Aber es ist eine gute Leistung, die sich nicht verstecken braucht. Das ist isoliert betrachtet, wirklich Sinn macht es meiner Meinung nach erst, wenn man die Saugkraft im Vergleich zum Preis setzt. 24,93 Euro kostet eine Packung, die wie anfangs erwähnt 8 Stück beinhaltet. Somit kostet eine einzelne Windel rund 3,12 Euro. Das ist leider nicht wenig, zumal sie in Europa zur Zeit nur in wenigen Shops überhaupt lieferbar ist. Hier sieht man, warum unbedingt immer der Einzelpreis miteinander verglichen werden sollte und nicht der Packungspreis. 24,93 Euro klingt nicht viel, die Reat Safari zum Beispiel kostet sogar mehr. Allerdings sind bei der Safari 12 Stück in einer Packung enthalten, somit muss man für sie nur 2,33 Euro je Stück bezahlen, also deutlich günstiger, obwohl das Paket teurer ist. Das macht mein Fazit zu der Claudie-Windel schwierig, auf der einen Seite hat sie mich positiv überrascht. Die theoretische Saugleistung wurde mit 4 bis 4,5 Litern angegeben, was für ABDL-Windeln vergleichsweise wenig ist. In meinem Praxistest hat sie trotzdem etwas mehr ausgehalten, als ich erwartet habe. Auch sonst leistet sie sich keine Schwächen, sie ist gut verarbeitet, sitzt angenehm, fühlt sich gut an. Und dazu finde ich sie optisch interessant, wie viele Windeln seht ihr in meinem Stapel von allen bisher Getesteten, die in Türkis gefärbt sind? Es gibt keine. Die einzige, die wir bisher in der Richtung hatten, war Blau, ein etwas trostloses, dunkles Blau, wie ich finde. Das Türkis ist heller und passt meiner Meinung nach besser. Darüber kann man sicherlich streiten, Fakt ist jedoch, das Design ist etwas Neues. Auch an der Qualität der Aufdrucke gibt es wenig zu bemängeln. Sie sind natürlich nicht extrem kontrastreich, was bei der vergleichsweise kräftigen Hintergrundfarbe gar nicht sein muss, um passend zu wirken. Qualitativ ist auch diese Windel deutlich hochwertiger als Pampers, die seit einiger Zeit wohl das Negativbeispiel schlechthin sind, die sparen so extrem an den Farben, dass sie aussehen, als wäre die Windel etliche Jahre in der Sonne gelegen und dadurch ausgeblichen. Fakt ist aber auch, dass die Bambino-Windel kein Schnäppchen ist, sie liegt im oberen Preisbereich. Wenn der Preis bzw. das Preis-Leistungs-Verhältnis wichtig ist, dann sollte man sich lieber bei anderen Produkten umschauen. Reas bietet einige ebenfalls dickere Windeln an, die entweder günstiger sind und eine vergleichbare Saugleistung bieten. Oder sogar eine etwas höhere zum ungefähr gleichen Preis. Auch auf die bunten Motive muss man dort nicht verzichten, die Kritta Caboose beispielsweise kostet ähnlich und bietet neben einer höheren Saugleistung zudem bunte Aufdrucke in einer hohen Qualität, wesentlich wertiger als Pampers. Für mich ist die Bambino-Intest daher nicht durchgefallen, wird aber keine alltägliche Windel, weil sie dafür zu teuer ist. Ich werde sie wahrscheinlich eher gelegentlich mal tragen, also eher eine Windel für besondere Anlässe. Ähnlich wie bei manchen anderen Produkten dieses Herstellers, die zwar nicht grundsätzlich schlecht sind, aber verglichen mit anderen recht hochpreisig. Das kann man natürlich anders sehen, schreibt daher gerne eure Meinung zu dieser Windel in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, falls ja, gebt gerne einen Daumen hoch. Bye! 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 Vielen Dank.